Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat ja so schon um 7 Uhr gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Romyabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Nee, bring mir einen Obstler. Kwampert, ein Obstler! Der steht noch hinter den Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr trinkst. Doch nicht für mich. Für den Uwe. Für den Uwe? Ja, geht jetzt noch, ob so das Kassensturz. Der Verarsch ist, das war dein letzter Tag hier. Wenn die Ramona einen anfassen wird, den würde ich bettren. Als ich klein war, wollte ich immer erwachsen werden. So schnell ich konnte. Und jetzt? Weiß ich nicht mehr, was das soll. Ich weiß nicht mehr. Die Zukunft, wie ich sie sehe, ist ein Warteraum. Eine Halle mit einer großen Bank oder einem Bahnhof. Und draußen gehen permanent Leute vorbei. Die Zukunft, wie ich sie sehe, ist ein Warteraum. Ich weiß nicht mehr, was das soll. 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 Ich weiß nicht mehr, was das soll.